Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Life is Strange. Wir gehen jetzt erstmal in unser Ambientiment und werden fast zur Hölle... Yoda. Das gibt's doch nicht. Was ist denn da für ein Foto? Ja, so. Was ist das da? Oh, shit. Nathan's Revenge. Even Chloe told me not to go to the principal. Ey, dieser Neven. Ich bin hier. Oder? Jawohl. Haben wir jetzt das selbe an? Nein. Okay. Dann bringen wir das mal. Ich habe jetzt alle Zeit in der Welt. Kate? Du bist da? Ja. Ich bin hier. Komm mal. Ja. Oh, Mann. Ja. 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 Hey, Kate. Ich bringe dein Buch. Max, warum hast du in zwischen David und mir gestern? Okay? Ich hasse diese Idioten. Ich hatte keine Wahl. Ich hatte keine Wahl. David Madsen. David Madsen ist ein Asshole. Du hattest die Wahl, nicht zu involviert werden. Ich bin hier. Niemand hier scheint sich um jemanden zu interessieren. Kate? Ich bin eigentlich auch interessiert. Ich bin hier. Was? Was ist das Video? Und ich versuche, ich habe es nicht gesehen. Was? Du kannst es überhaupt nicht sehen, Max. Ich sollte, sollte ich es mir mal... Was? Sollte ich es mir ansehen? Das werde ich nicht. Keine Ahnung. Das werde ich nicht. Sollte ich es mir ansehen? Keine Ahnung. Dann machen wir... Das werde ich nicht. Kling nicht nach dir. Warum bist du hingegangen? Das ist grauenhaft. Wir wollen hier keine Schuldgefühle machen. Die ist sowieso schon komplett unten. Deswegen... Das ist grauenhaft. Das ist schrecklich. Also... Wie hat das passiert? Es ist eine lange Geschichte. Ich versuche immer, es alles auszutauschen. Du musst mir mehr erzählen, als das. Was hat bei der Party passiert? Habt ihr es trinkt? Ich versuche zu Gott, ich hatte eine Sipp rote Wein. Und dann trinkte ich Wasser. Bist du sicher? Nathan Prescott. Nathan Prescott. Nathan Prescott. Nathan Prescott? Oh, shit. Er war nett für eine Veränderung, als er mich geholfen hat. Er ist das Gegenteil von nett. Was ist dann? Alles, was ich erinnere, ist, dass ich eine lange Zeit fahren bin. Und dann wuchs ich in einem Raum. Ich dachte, es war ein Hospital, weil es so weiß und blöd war. Geh auf. Ich höre. Und? Das war's alles? Ich glaub das, was ich genauso zu sein. Ich habe ein Doktor besuchen, als ich... Und, und ziehe. Und? Und? Das war's. Und? Das ist alles, ich habe mich gebrochen. Ich weiß gar nicht, was passiert. Ich wuchs, auf dem Peterf Jaimann. Ich habe nicht gemüttert, oder blücher. Aber ich fühle mich. Und... Und... Und wer hat das Video über dich an der Party? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich Viktoria. Sie war da, als sie sie schrecklich sind. Jesus, Kate. Ich bin sorry. Das ist echt schrecklich. Wie kann ich ein Video verabschieden? Ich weiß, dass es bereits spüren. Was ist, wenn meine Kirche sieht das? Ich muss wissen, was zu tun. Kate, wir werden es herausfinden. Ich werde nachher schauen, okay? Dankeschön, Max. Du kannst mein Buch hier, nahe mein Bag. Krass. Was ist mit dieser Kate alles passiert? Also, Max, kann ich dir eine Frage stellen? Und bitte ehrlich sein. Absolut, Kate. Alles. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hasse es, wenn dieser rote Bildschirm kommt. zur Polizei gehen, nach Beweisen suchen. Das ist doch so blöd. Der ist gefährlich. Er muss weg. Zur Polizei gehen. Ja, du solltest definitiv zur Polizei, Kate. Ich glaube total, dass du alles sagst. Nathan Prescott ist wirklich gefährlich. Danke, Max. Ich werde nach der Polizei gehen. Und auch Principal Wells. Mit dir als meine Backup-Witnes, sie müssen uns jetzt ernst nehmen. Backup-Witnes? Ich glaube, ich glaube dich in alles, aber... wir sind einfach nur Spohlen-Punk-Studien für die Polizei und die Fachkräfte. Ich denke, wir müssen hier sehr vorsichtig sein. Warum? Was vorsichtig? Nichts. Ich denke, die Prescott sind eine kraftvolle Familie. Ich hoffe, dass das nicht auf uns zurückfallen wird. Das ist alles. Auch Kate. Auch wenn dieser rote blöde gewonnen hat, hat einen sehr schrecklichen Karma gewonnen. Er bekommt das. Er bekommt das. Oh, Kate. Ah, Miss Mädchen. Time out, Max. Du hast eigentlich Kate gesagt, um die Polizei zu gehen und die Prinzipien zu gehen. Nachdem du eine schreckliche Text-Frage bekommen hast. Jetzt wird die Polizei definitiv dich in diese Scheiße gedrehen. Was ist denn in ihrem Zimmer? Denn das ist Kates Raum und... Am wohl die Postkarte? Kate really has a doting father. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Johannes 1 zu 5. Kate, du wirst immer mein helles Licht gegen die Dunkelheit sein. Umarmung und Küsse. Papa. Ich hatte keine Idee, dass Kate mit Alissa und Stella zusammenhängt. Ah. Cheers. Cheers. Schönes Foto, schönes Foto. Und hier haben wir noch einen Brief. Liebe Katie, sämtliche Dämonen der Hölle hätten mich nicht auf den Inhalt deines Videos vorbereiten können. Wie die Hure Jezebel zeigt sich vor den Augen Gottes. Ich werde mit meiner Gemeinde für die Rettung deiner Seele vor dem ewigen Höllenfeuer beten. Tante Marsch. Und hier haben wir noch eine Zeichnung. Oh. Okay. Na gut, Kate, wir sehen später. Stoff. Okay. Schau, Kate. Ja. Ja. Und somit werden wir jetzt auch von Chloe eine Nachricht. Max. Essen. Two whales. Seh dich da. Brichst du beim Texten keinen Finger. Hurra. Frischstück. Keine Emojis. Ja. Und somit werden wir auch diese Folge Life is Strange beenden. Und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Oder im nächsten Let's Play. Und bis dahin sage ich Tschüss. Und bis dann. Bis dann. magern Paradisechi. Bis dann. T SCH.